Ich bin Christin, bis seit dem Sommer 2011 bei Dr. Linde als Arztsekretärin. In den vielen Jahren, die ich jetzt schon beim Chef bin, habe ich mich vom Küken, wie er das so nennt, bis zu seiner persönlichen Sekretärin entwickelt. Zu meinen Hauptaufgaben gehören das Telefon, die Abrechnungen, die Organisation, wann er wo ist und die IT. Ich arbeite immer noch sehr gerne hier wegen meinem Team. Es gefällt mir, wie man Hand in Hand arbeitet und dass der Chef uns sehr viel Spielraum gibt, um diesen zu gestalten, wie wir sie gerne machen. Den Patientenkontakt bereitet mir sehr viel Freude. Vor allem, weil ich viele Kunden schon lange kenne. Ich bin seit einem halben Jahr Mama und geniesse die Freizeit mit meiner kleinen Familie. Ich unternehme aber auch sehr gerne etwas mit meinen Freunden. An den schönen Tagen fahre ich meine Haare aus. Ich geniesse es, die Welt zu bereisen, um neue Dinge zu entdecken, sei es oben oder anderthalb des Wassers. onion Sieique